Okay, wer von euch ist schon mal geritten? Ferienlager. Ich war neun. Cancun im Urlaub, aber naja, ich war ziemlich dicht. Na gut. Okay, also ein Tritt bedeutet los. Das hier ist die Lenkung. Nach links für links, nach rechts für rechts. Zurückziehen zum Anhalten. Und er wartet nicht auf uns. Na los, aufsetzen. Ich werde den Nachschub organisieren, okay? Abwurf aus der Luft. Hat das seinen Namen? Der Name, alles klar? Hat das seinen Namen? Michaels hat das Funkgerät. Wir melden uns alle vier Stunden. Er wird dich prüfen. Ja, ich werde ihn auch prüfen. Ob das wohl eine gute Idee ist? Ich werde es herausfinden. Scheiße, verdammt. Sieh Glück, Jungs. Ihr seht aus wie die geborenen Reiter. Mach das Pferd nicht kaputt, Herr. Scheiße. 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 Ja, ich werde es nicht live. Ja, ich werde es nicht live. Vielen Dank.